Privatklinik Graz-Ragnitz. Die 13-jährige Jasmin liegt nun seit fast sechs Stunden in den Wehen. Sie möchte immer noch keinen Kreuzstich. Also keine Sorgen, beschäftige dich jetzt nicht mit Dingen, die wir jetzt nicht beeinflussen können. Jetzt geht's dir gut, jetzt tust du schön atmen und im Hintergrund tun wir mal vorbereiten für ein Entspannungsbad. Okay? Aber er geht nicht mit rein. Also es kann Missverständnis kommen. Oder hat auch Badehosen. Da hast du was mit? Nein, das ist nicht stehen. Sonst hätten wir ja Netzhosen. Zum Netzhosen kommt's wohl nicht. Dafür ist Dr. Breindl wieder da. Ich bin gerade draußen gesprochen, dass du eben noch in die Badeweine gehen willst. Wenn du es so anschaust, das geht jetzt gut. Das ist wichtig, dass du kontrolliert, nachdem man die Blase aufgemacht hat. Die Wehen fahren jetzt da schön regelmäßig an. Jetzt wirst du dann mehr spüren. Wenn du es wüsst, kannst du ohne weiteres ein bisschen in die Badewanne setzen. Wir werden auch da das Kind überwachen. Also das ist kein Problem. Sie haben es schon drüber eingelassen, kannst dich gemütlich reinsetzen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ist das okay? Ich glaube, ich sie. Ja, ja. Bauen wir es mal. Gut. Okay. Bei der Badewanne war ich mir nicht sicher, weil ich habe mir gedacht, das ist gleich im Wasser wie anders, weil man ja immer liegt. Aber es hat doch geholfen, aber nur eine Zeit lang. Und jetzt eine Wehe. Und den schreck ich mir scheinbar nicht, gell? Da ist noch. Okay. Aber der druckt ganz gut nach unten, der Kopf, gell? Das spürst du jetzt nicht. Und das muss zulassen. Genau so. Das ist kein Polster mehr dazwischen, sondern jetzt drückt der Kopf und der kleine Maus direkt auf den Muttermund und das zieht und zwickt natürlich. Und jetzt, jetzt geht's zur Sache. Jetzt, jetzt hat sie weh. Also, wie viele Zentimeter von hier noch? Drei, fünf noch. Ja. Ich bin schon dran. Das heißt, das sind noch Sichtbüren. So. Gut, ganz. Du brauchst eigentlich, gell? Du machst das so spitze. Das ist unglaublich, wirklich. Das haben wir schon vor. Wie bitte? Das haben wir schon vorgelegt. Ich mach mit Abkommen. Achso. Ja, aber es ist nicht, ob man atmet, ob ich es kugelt. Die Spitze. Ja, ich kugel alles. Ich hab's automatisch weggeatmet, weil wir haben das viele geraten, dass das hilft. Ich mein, jeder hat andere Tipps. Die anderen schreien einfach nur. Aber das Atmen hilft eigentlich auch ganz gut. Zum Beispiel die anderen tun einfach auf einen Punkt schauend, dann geht's ihnen besser. Und jeder hat verschiedene Sachen auswählen. Und auch wenn's jetzt schiebt, dann drückt, gell? Das schön zu lassen und nicht zusammenzwecken. Das ist viel bisschen schief. Das Geräuschentomaten. Mhm. Genau. In der Privatklinik Graz-Ragnitz spitzt sich die Lage zu. Denn nicht alle stecken Jasmin's Schmerzen so gut weg, wie die 13-jährige werdende Mutter selbst. Nur schluckweise, gell? Sonst wird das schlecht. Nicht alles nochmal. Also nochmal. Super. Nochmal. Schluck. Kindesvater Dominik wird kurz alles zu viel. Bitte. Bleib los. Bleib los. Bleib los. Bleib los. Bitte. Bleib los. Ich brauche dich. Ist doch falsch. Bleib los. Warum magst du jetzt gehen? Na, fahrt nicht. Geht's her. Du fahrt ja auch. Bitte, red mit mir los. Bitte. Ich bin ja da. Magst du jetzt nicht mehr? Komm, nimm die Hand von deiner Maus. Ich glaube, er war schon am Ende, weil mir kommt es vor, dass er das nicht überwunden hat, dass sie Schmerzen hat. Das Baby ist bald da jetzt. Komm. Halt fest. Er ist da, wo du glaubst, wie schön das da ist. Ich weiß, du bist auch nervös. Ich liebe dich. Es ist alles in Ordnung. Geht das so von der Position her? Es geht gar nichts mehr, gell? Aber ich sag euch wirklich, Endspurt, ihr habt's bald die Steffi in Arm. Okay? Wirklich. Jetzt nicht aufgeben, jetzt nicht verzweifeln. Jetzt beschreitet's den letzten Weg auch noch gemeinsam, gell? Oh, ich hätte keine Angst, bitte. Ich hätte keine Luft. Ich wollte das eigentlich aussehen, weil vor lauter Schnupfen hab ich nicht gewusst, ob ich jetzt umfahre oder nicht, weil wenn ich zu schnell atme, dann schluckt mein Herz doppelt schon schnell und dann hat's schon angefangen zum Steichen. Dafür überzuge ich jetzt lieber Wasser in die frische Luft. Magst du mal kurz raus, gell? Es ist nur so ein Nosen. Ja, aber magst du kurz? Geht's? Nein, nein, nein. Wir lassen es jetzt mit der Lauer. Okay. Jetzt hat es funktioniert. Ich habe mich wieder angeholt. Das ist der Druck jetzt schon sehr intensiv nach unten. Ja. Genau. Gut, das ist jetzt das Kopfradl, gell? Oh. Und diesen Druck lässt du jetzt schön zu, gell? Ja. Ja. Nicht zusammenzwicken. Wenn's gar nicht aushaltbar ist, dann kannst du ruhig den Druck ein bisschen unterstützen, gell? Indem du ein bisschen mitstöhnst oder mitjammerst oder mitschiebst ein bisschen, gell? Ich glaube einfach, das war genau auch der Moment, wo die Jasmin halt ein bisschen lauter worden ist, gell? Das schreckt oft die Partner so. Das hat jetzt aber überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach, wenn ein Mann die Frau unter der Geburt in dieser Dramatik auch ein bisschen erlebt, gell, dann ist man kurz einmal wirklich erschrocken. Das tut mir weh. Gut. Die eine Wehe noch, dann drehen wir uns in Zeitenlage, gell? Okay. Und dann schauen wir, dass wir zum Baby kommen. Privatklinik Graz-Ragnitz. Die Wehenschmerzen werden bei der erst 13-jährigen Jasmin immer unerträglicher. Hat sie genügend Kraft, ihr Baby auf natürlicher Weise und ohne Kreuzstich zur Welt zu bringen? Mehr? Ja. Gut. Ja. Und mit dem Klas ausschieben. Und unten schieben lassen. Magst du nicht schieben mehr, hast du jetzt das Gefühl? Ja. Dann probier mal, probier mal. Wir können uns mal probieren. Ja, probier mal. Ja. Ja. Kräfe da hinten zu. Ja, ja. Du prisst mir die Finger. Das war ja wieder die Wehe. Die Wehe ist intensiv. Aber ein bisschen kurz. Also ist es schon fertig? Du runter das rein. Nein, bitte nicht. Magst du so bleiben? Ja. Okay. Ich bleibe nicht. Das Schlimmste für mich war, nicht zu wissen, ob es gut geht oder ob es nicht gut gehen könnte. Es kann immer was inzwischen kommen. Auch zwei Minuten bevor das Kind auf der Welt ist. Das hört sich gut an, gell? Schau mal, Schatzi. Ich will nicht. Ich bin nicht da. Schau mal. Er hält dich fest. Weißt, was gut ist? Jasmin, wenn du laut bist, schrei deinen Schmerz weg. Das ist Gebären. Okay? Schrei es einfach, was du nur schreien willst. Das ist ganz wichtig. Wir motivieren oft Frauen, die ganz leise sind und sagen, du lass jetzt mal was von dir hören und schrei einmal los, das tut einfach gut. Bei der ersten Wehne hat mir das Atmen geholfen, aber wenn ich dann die Hebamme gesagt habe, das Schreien auch vielleicht helfen könnte, habe ich es ausprobiert, das hat geholfen. Ist diese Position, Jasmin, einigermaßen für dich erträglich? Ja. Ich glaube, das ist für dich, die Seitenlage ist deines. Ja, ja, ja. Dann werden wir auch so das Baby kriegen, gell? Jawohl. Schön. Schön, wegschreien. Das hört sich sicher eben auch für die Männer und Begleitpersonen einfach sehr dramatisch an. Das lasst uns nicht kalt, aber es ist für uns, es gehört einfach zur Geburt dazu. Ja, lass es nur runterschieben jetzt, gell? Das hilft, weil du dich dann eher mehr aufs Schreien konzentrierst als auf die Schmerzen. Und das lenkt dich halt auch. Zwei, drei Wehen brauchen wir so noch, gell? Siehst du, der Muttermund gerade im verstreichenden Säumchen ist noch da, gell? Dann kriegen wir es früh. Und wie es angefangen hat zu schreien, war ich schon nervös, weil man zuerst denkt, wie ich es gesagt hab, der Muttermund ist schon bald weg, aber man zuerst denkt, wie es halt länger dauert hat, dass es stecken bleibt. Das einzige, was dir jetzt hilft bald, ist die Geburt deines Kindes, okay? Wow! Jawoll, komm! Ja! Ja, nicht weg jammern! Du schaffst das sicher! Nein! Sicher! Ja! Sicher! Er schaffst das auch! Du schaffst das! So komm, jetzt steigst zwei Wehen heraus! Komm! Ah! Na bitte, darf in dich! Eine Wehe bleibst du so! Das ist das genau, was wir tun! Ah! Komm, schrei weg! Das kann's dir viel lauter! Ah! 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 Ja, jetzt geht's gut! Ah! Ah! Jawoll, das hört sich gut an! Du bleibst noch zwei, drei Wehen heraus! Genau! Mir ist lieber, du schreist und fluchst! Das hat sehr weh dann! Hat ihm stehen ohne Schmerzen am ärgsten! Wie es so starke Schmerzen gehabt hat, hab ich mir schon gedacht, dass es so schnell wie möglich kommt, weil ich glaub, sie holt's nicht mehr wirklich aus! Ah! Privatklinik Graz-Ragnitz. Die 13-jährige Jasmin hat schon über sieben Stunden starke Wehen. Um den Geburtsvorgang zu beschleunigen, ändert sie die Position und steht nun neben dem Bett. Ah! 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 Das ist für heute für mich! Eine noch! Pieper! Eine noch! Eine noch! Und dann legen wir uns hin! Eine noch! Dann ist der Muttermund weg! Eine noch! Da war ich dann schon ein bisschen aufgeregt, weil ich mir gesagt habe, ich kann mich schön wieder hinlegen und dann doch noch ein paar Mal stehen auf mich ist. Wenn ich geschafft habe, leg ich mich wieder hinein. Jawohl, wegschrei. Perfekt. Bei Dr. Armin Breindl und seinem Team ist Jasmin in besten Händen. Wie der Kopf schon tief im Becken war, hat er sehr stark auf die Beckenmuskulatur gedrückt und das ist auch ein bisschen eng. Das ist ja noch ein jüngeres Mädchen und da haben wir eine sogenannte Leitungsanästhesie gelegt. Keine Angst. In dem Moment, wie so viel gestirren und so viel Schmerzen gehabt hat, haben wir gedacht, wann das Kind endlich kommt. Weil vor lauter Schreien haben wir schon gedacht, wie tut das so weh, dass es gar nicht mehr kommen kann. Jasmin, wenn jetzt keine Wehe ist, du musst du bitte atmen. Ausatmen. Schön wegschnaufen. Auf! Genau, du wirst atmen. Ah! Die Hebamme hat mich dann aufmerksam gemacht, dass sie zwischen die Wehen atmen hat. Weil ich muss doch das Licht gleich die Luft ankommen. So, jetzt ist kein Wehe, gell? Wenn keine Wehe ist. Nein? Jasmin, wenn jetzt keine Wehe ist, ist es wichtig, dass du deinen ganzen Körper ein bisschen entspannst. Ja. Die Zeit bis zur Geburt ihrer Tochter ist für die 13-jährige Jasmin mit starken Wehenschmerzen verbunden. Der zierliche Teenager versucht die Geburtsquallen wegzuschreien. So, zieh hoch. Ähm, Jasmin, wir zwei müssen jetzt zusammenarbeiten, okay? Komm, nein, wir zwei brauchen Blickkontakt. Komm her. Jetzt greift unter deinem Bein durch. Jetzt schön hochschieben, gell? Schön breit machen. Genau. Schieb einmal an, komm, da kann man nicht. Ah, nein. Nein, nein, du sollst jetzt nicht schreien, sondern einmal anschieben, ha? Pressen wir, pressen? Ja, drückt, nein, eben, das geht auch nicht. Es geht nur pressen oder nur schreien. Und bei der nächsten Wehe tust du nur pressen. Dann ist es mal ein bisschen mulmig geworden, weil ich mir gedacht habe, ich bin ja dann gespeichst, ich bin sehr viel stärker, aber das war ganz so schlimm. Das Luftholen ist so, wenn du dich ins Schwimmbad hupfst, wirklich. Und dann schiebst du nach unten. Beim Pressen habe ich dann die Luft anhalten müssen, weil es anders nicht gegangen wäre. Kopf nach vorne, wir drücken Probe, wenn nur einmal mitkommt. Schieb einmal jetzt. Gut, perfekt. Ja, natürlich. Sonst wäre man nicht so weit schon gekommen, gell, wenn das nicht gehen. Nein, das nicht. Das ist noch alles im Geburtskanal, gell? Irgendwie muss man das Kind noch ein bisschen einschütteln. Komm nur, auf alle vier wieder, wie vorher. Prinzipiell ist ja Bewegung schon einmal allgemein gut. Und unter der Geburt, ich vergleiche das immer gerne, wenn ich da jetzt meinen Finger hernehme und den Ring nehme. Wenn dieser Ring, diesen Finger passieren möchte und ich ziehe gerade an, geht's nicht. Durch Bewegung und Drehen kriege ich den Ring runter. Und so ist es auch im Becken. Nein, ein bisschen weiter zusammen. Du bist so weit auseinander. Genau. Schieb an, komm. Setz dich wieder drauf auf den Druck. Komm. Wieder vorbei. Nein. Auf, komm. Setz dich so richtig drauf. Schieb an. Und dann ist es also, weil es war, hat es schon starke Schmerzen gehabt. Da hat man dann eigentlich leider und da wurde ja so schnell wie möglich, dass es vorbei ist. Es ist schon schwer, wenn man einem Kind zuschauen muss. Privatklinik Graz-Ragnitz. Bei der 13-jährigen Jasmin verläuft die Geburt leider doch nicht so reibungslos wie erhofft. Trotz regelmäßiger Wehen ist kein wesentlicher Fortschritt erkennbar. Du treibst uns und weißt uns rein mit den Händen, dass es so richtig, wie du das Bein auseinanderziehst. Komm. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Die Hände. Nein, was du jetzt selbst festholst. Andere Seite. Du musst die Bicke halt rum. Ganz weit ab. Schau. So. Richtig so. Ja, richtig so. Du beziehst. Du musst das selber. Wir merken nicht, wenn die Hüfte sich nicht mehr passt. Du musst, genau. Du hast genügend Kraft noch. Ja, wenn man so dabei ist bei der Entbindung, während der Entbindung. Und man sieht, dass Schmerzen hat und schreit und ihr nicht helfen kann. Und man weiß, was man tun soll. Es ist schrecklich. Also, es ist kaum zum Aushalten. Und jetzt. Und alles zu mir. Zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Länger, länger, länger. Das ist zu wenig. Die Flucht holen. Komm. Und gemacht. Und Vollgas. Rück an. Rück an. Länger, 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 länger. Komm, komm, komm. Länger, länger, länger. Noch einmal. Einmal geht noch. Komm. Und runter. Ja, sehr gut. Machst du das. Super, super. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Und nochmal. Und fest. Und rücker. Komm. Länger, länger, länger. Die Wehen sind zwar sehr gut, aber der Kopf hat sich scheinbar ein bisschen schräg eingestellt. Also, auch mit guten Wehen geht es halt nichts mehr weiter. Sie schafft das jetzt nicht mehr. Und werden es mit einem Vakuum unterstützen. Das ist eine Saugglocke, die man am Kopf anlegt und dann ganz vorsichtig, wehensynchron, das Kind dann herauszieht. Wie gesagt, kann ich das ein bisschen nachholfen müssen beim Ausholen, das war schon ein bisschen blöd. Weil, normalerweise, kann ich ja Blut sehen, weil ich selber eine Operation gehabt habe. Nur andere Schmerzen hat nicht wirklich. In der Privatklinik Graz-Ragnitz geben Dr. Armin Breinl und sein Team alles, um das Kind der 13-jährigen Jasmin zur Welt zu bringen. Jasmin wollte eine natürliche Geburt, ohne Kreuzstich. Mit vereinten Kräften versucht man der Schräglage des ungeborenen Kindes entgegenzuwirken. Noch nix andrücken, noch nix, jetzt bitte nicht andrücken. Nicht noch andrücken, gell? Sie hat es einfach ganz toll gemeistert. Natürlich sieht man zum Ende hin, wie sie einfach kämpft. Aber das ist die Vaginalgeburt. So ist es. Kopfteil ein bisschen niedriger, bitte. Wenn die Weh kommt, drehst einfach nicht. Wir haben jetzt schön Zeit, Kind geht's gut, ist alles geil. Ja, super. Und gleich nochmal. Und fest andrecken, komm. Schiebern jetzt, nicht aufhören. Komm und fest. Weiter, weiter, weiter. Und einmal noch, komm. Und einmal noch und fest und geht. Super. Mit Druck auf den Bauch und Saugglocke soll Jasmin unterstützt werden. So, jetzt warten wir die nächste Wehe und dann werden wir das Kind kriegen. Wir dann der Arzt mit voller Gewicht aufgedruckt hat, das Kind aus der Grund haben wir schon gedacht, das wird was tun oder nicht. Aber normalerweise reagiert die Reagier auf alles aggressiv. Da haben wir Wehe angeregt. Das war schon eine komische Situation, weil der Kinderarzt hat mitgeholfen, beim Bauch gedrückt. Das war, ja, schrecklich zum Zuschauen. Das war nur so. Privatklinik Graz-Ragnitz. Nach mittlerweile fast sieben Stunden ist die 13-jährige Jasmin kaum noch bei Kräften. Das Baby steckt wegen einer Schräglage im Geburtskanal fest und kann ohne Unterstützung nicht zur Welt kommen. Atmen, atmen, danke, Peter, nichts mehr. Nur mehr halten. Danke, nur mehr halten. Dann haben sie aber die Saugglocke eingesetzt, um der Jasmin eigentlich zu helfen dem Baby. So, Jasmin, schaust mich an. Luft holen, komm. Bisschen auch, komm. Rucki nur, rucki nur, atmen. Schau mich an. Atmen, 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 atmen. Schau mal her. Willkommen. Hallihallo, gratuliere. Es ist geschafft. Mit Hilfe von Dr. Armin Breindl, Hebamme Eva Derler und des gesamten Geburtsteams konnte Stefanie endlich das Licht der Welt erblicken. Ja, jetzt können wir wieder lachen. Jetzt ist alles vorbei. Das Kind ist da. Die Mutter ist glücklich. Wir haben das Vakuum machen müssen. Das wäre sonst nicht gegangen. Der Kopf war etwas schräg eingestellt und haben dann etwas mit Kraft das Kind nach unten gezogen und dann schön entwickelt. Dem Kind ist es gleich gut gegangen, hat er sofort geschrien. Und im Endeffekt, das war schon ein bisschen diese schwere Geburt, die wir uns von vornherein erwartet haben. Aber es ist alles gut gegangen. Sie wollte es auch so. Sie war von dem gut vorinformiert. Sie hat gewusst, dass es auf sie zukommt. Und sie hat es perfekt gemeistert. Also viel besser, glaube ich, kann man das nicht hinkriegen. Es ist ein Vorbild für viele Frauen, dass man ein Kind so schön spontan auf die Welt bringen kann, auch wenn es einmal schwieriger ist. Also wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war ich eigentlich überglücklich, dass sie da ist. Weil im Bauch dann den ganzen Neunmonat lang und dann einmal in der Hand halten ist ein viel besseres Gefühl. Als das, du kannst darauf aufpassen. Im Bauch kannst du nicht entscheiden, ob die Nogelschneidze gut bleibt oder verrutscht. Jetzt kann ich schauen, dass sie gut geht und nicht anders. Stefanis ungewöhnliche Kopfform bereitet Jasmin allerdings Sorgen. Ist das normal, dass es so komisch ist? Ja. Die Beule ist vom Vakuum von der Saugglocke. Das vergeht in den nächsten Tagen. Das ist ja ein sehr enger Kanal. Wir nennen es den Geburtskanal. Gott sei Dank sind die Knochen des Kindes, können sich noch verschieben, sonst wäre eine Vaginalgeburt gar nicht möglich. Und da kann es schon sein, dass es sich einfach ein bisschen verformt hat. Und natürlich kommt noch dazu eben die Saugglocke, das Vakuum. Das vergeht in den nächsten Tagen. Jetzt tun wir mal abnabeln. Wo ist jetzt der Papa? Jungpapa Dominik hat nicht mal seine neugeborene Tochter im Kreißsaal halten können. Der Dominik hat fast am Reinen angefangen. Der Fede hat ja nicht rauchen gegangen. Mag die Oma, die frischgebackene, die Nabelschnur durchschneiden? Hi? Magst du? Da waren wir alle so aufgeregt, dass wir das gar nicht mitgekriegt haben. Wir haben alle noch auf die Stefanie geschaut. Aber ein schönes Volker. Ja, ordentlich. Hallo, willkommen. Fingst du bei der Haube, dann sind wir da nicht. Hallo. Für die Kinder ist der Geburtsvorgang natürlich ein gewisser Stress. Sie werden durch den Geburtskanal gepresst, werden auf sehr engstem Raum zusammengedrückt und kommen danach aus einem wohlig warmen dunklen Raum ans helle Licht, wo es auch kühl ist für die Kinder. Und das ist natürlich schon ein Stress für die Kinder. Aber dieser Stress ist für die Kinder auch aktivierend. Und die Desaktivieren bewirkt bei den Kindern, dass sie den ersten Schrei von sich geben. Mä! Mä! Privatklinik Graz-Ragnitz. Bei der Geburt der kleinen Stefanie ist alles gut gegangen. Jasmin kann aufatmen und der frischgebackene Opa Harald ist spät aber doch nun auch zum Kreißsaal unterwegs. Passt alles beim Kind, gell? Ist ganz gesund. Ab zur Mama wieder, gell? Dieser lehnliche Kopf, wenn du gefragt hast, der ist ganz normal, gell? Von der Vakuum-Geburt. Und das wird sich wieder zurückbekommen müssen. So, jetzt geht's dir. Gratuliere. Hallo. So. Also wie die kleine bei mir liegen gehabt hat, war eigentlich erleichtert. Weil ich weiß, dass das nicht gewöhnt ist und so. War eigentlich wieder beruhigt. Alles vorbei war. Die Schmerzen, wenn man aufgehört und alles. Bei uns. I think to myself. What a wonderful way. Geht's dir gut? Geht's dir gut. Erschöpft? Okay. Wir warten jetzt noch auf die Nachgeburt. Und dann müssen wir einen kleinen Damschnitt, der gehört dann noch versorgt. Wir müssen einen kleinen Schnitt machen, das ist in dem Fall notwendig. Bei ihr überhaupt. Beim Damschnitt hatte Jasmin bereits starke Wehen. Vom Eingriff selbst fehlt der 13-Jährigen bereits jetzt jegliche Erinnerung. Wie wir dann den kleinen Schnitt gemacht haben, hat sie überhaupt nichts gespürt. Hast du gar nichts gemerkt? Gut so. Das Kopf ist nämlich nicht so klein. Von eurer Maus, gell? Haben schon gar kein Problem, das ist so komisch aus. Weil wir eine Saugglocke gemacht haben, ein Vakuum. Keine Ahnung. Wir haben von unten mitgeholfen. Das schau aus, als würde es den Mund aufhören. Ja, das vergeht aber in den nächsten Tagen. Das vergeht in den nächsten Tagen, ja? Das ist doch auch so wach. Hä? Das ist normal. Das ist ganz normal, gell? Also das vergeht jetzt in den nächsten Tagen. Das fangen wir nicht auch schon. Ich finde es schon eine sehr nette Familie. Und es ist für mich schon eigentlich sehr beruhigend, wenn ich weiß, okay, die drei sind nicht auf sich allein gestellt, sondern da ist schon ein Familienverband da und unterstützt die jungen Eltern. Es wird noch eine Herausforderung werden. Drückst noch einmal an. Nach Geburt brauchen wir noch, gell? Circa bis eine Stunde nach der Geburt des Kindes sollte auch der Mutterkuchen geboren werden. Der Mutterkuchen ist, auf Deutsch gesagt, ein Blutschwamm mit 500 bis 600 Gramm. So, die Flufftholden fest anschieben. Die Frauen empfinden das als ganz kurze, stärkere Wehe. Perfekt. Das weiss jetzt schon. Magst du die Nachgeburt anschauen? Nein. Irgendwas damit tun, Plazentaabdruckbäumchen pflanzen. Schaut aus wie Leber. Kannst du auch herrlich machen. Kannst du Blut pflanzen? Ja, ja, da gibt es Leute, die tun dann ihr Lebensbäumchen pflanzen. Wir müssen da jetzt einfach nur schauen, dass alles vollständig ist. Ein Bohnen, ein großes Stück, was fehlen würde, müsste man dann leider eine Curetage machen. Aber es schaut gut aus, da ist alles da. Also das ist ein wesentlicher Punkt, die Vollständigkeit der Nachgeburt. Weil die Mutti würde ja dann in den nächsten Wochen einfach zu sehr oder zu stark bluten. Sie ist vollständig, gell? Passt, dann werden wir das den Dr. Preindl noch zeigen. Ich bin sehr, sehr glücklich, aber ich mache mir noch so um die Zukunft. Weil, falls es noch schief geht oder so, da wird es mir noch zu viel Blut weggerinnt. Die 13-jährige Jungmama Jasmin kann nach knapp siebenstündiger Geburt endlich aus dem Kreißsaal in ihr Zimmer verlegt werden. Hebamme Eva Derler hat noch ein Andenken für die kleine Stefanie. Das Hauberl ist von mir ein Geschenk, gell? An die Kleine. Und jetzt einfach einmal Baby nehmen und einmal kuscheln, gell? Okay? So, dann, dann gehen wir noch hin. Wie alles eigentlich vorbei war und ich die Kleine gesehen habe, dass es gesund ist, dass es gehalten hat. Ja, das war eigentlich der schönste Moment. Jetzt ist die 13-jährige Jasmin tatsächlich Mutter. Und sie ist vor allem noch eines, überglücklich. Es war schön, dass sie dann da war. Weil in einem Monat nur ein Ultraschall wird es eng und dann nachher ist es auch ein Unterschied. Alles vorbei, das geht es mir eigentlich ganz gut. Ja, das stimmt, ja. Ja, echt? Mehr, außer, dass ich noch vor Ort gerufen habe. Ja, der hat zum Schluss mir keine Luft gekriegt. Der hat gewusst, wie er atmen soll. Und so ist er schon durch den Mund geatmet und zieht die Finger so bis zum Trog. Treffe da hinten so. Du brichst mir die Finger. Boah, hast du eine Wunden, oder? Hast du die noch? Ja, da. Was sind sie? Schau die Wunden an, was du hast. Ja, da rüben. Richtig, richtig, richtig. Ja, da rüben Sie, Rother. Eigentlich fühl ich mich gut. Außer, dass ich mich noch nicht auskennen muss, was man da alles machen muss. Wenn es schreit und das alles. Und das lerne ich noch. Weißt du, wie schwer das ist? Weißt du, wie schwer das ist? Ich weiß nicht, ob ich groß das ist. Du weißt gar nichts? Die ganze Wäsche kannst du vergessen. Warum? Weil es 53 groß ist und wir haben 52 zu Hause und so viel gekauft. Und 3,60 Kilo schwer. Das haben wir nicht gewusst, dass es so prächtig und so groß ist. Ja. Das, was du mit hast, passt auch nicht. Die 50 wird nicht passen. Was du bist? Einen kaufen, dann anziehen, dann haben fahren. Passen Sie überhaupt ein Kind, das ist eigentlich. Ja, sicher. So groß ist der, wenn du nicht, ist ja keine Riese. Aber das ist so hoch. Das hat so lange ausgeschaut. 31 Zentimeter ist der Kopf und Pfad. Das war doch noch nicht. Was ich suche? Das Lager geht nicht so groß. 34? Oder das Lager wirklich so groß. Das darfst du mich nicht fragen. Ich würde mich nicht schaden, aber wir haben sie mal eingeschickt. Und so schaue ich sicher natürlich. Und vorne will ich nicht, ich will ja das Baby sehen. Nein, komm, ich will nur schauen, ob alles richtig ist. Alles okay. Nein, der ist schwer, bist du narrisch. Alter, ich hätte aber am liebsten nur durchgehalten, oder? Der lässt sich mit seinem ganzen Wicht auf dem Bauch. Ich habe mitgehoben. Ja, dann fest. Alles, was geht. Ist er rausgekommen? Warum, warte, ist er nicht rausgekommen? Nein. Warum nicht? Nein, der ist zu schwer, zu groß, zu... Das passt. Haben Sie es jetzt gewaschen? Ah, ja. Gebadet, ich habe das Gefühl. Der Viertzbesuch habe ich schon angeschaut. Darf ich das zeigen? Oma! Komm zur Oma! Ja, da habe ich gleich mitgekriegt, wenn man das halt macht, wenn man halt vorsichtiger sein muss, weil es halt gefährlich sein kann, dass du das eindrückst oder so, eigentlich ist es sehr hilfreich. So, jetzt gehen wir nachschauen, was immer alles okay ist. In der Privatklinik Graz-Ragnitz kann die 13-jährige Jungmama Jasmin nach der schweren Geburt endlich zur Ruhe kommen. Der 16-jährige Papa Dominik kümmert sich rührend um seine zwei Mädels. Wenn ich die Babyfotofilm gesehen habe, sie ist schon hogeig aus, obwohl sie ein Mädchen ist, in der Apu, aber vom Gesicht her. Und ich hoffe halt, dass er soweit wäre, außer vom Charakter. Und was sagst du hier? Das ist ein bisschen am Anfang wie hier. Hier? Ich glaube, sie hat das ganze Gesicht für ihn, oder? So, irgendwie, ein bisschen was für dich. Mhm. Ja? Schaut aus wie du. Ich glaube nicht, dass sie das ändern wird. Sie schaut wirklich so aus. Aber nur noch schönes Mädchen. Das ist ein bisschen was für die Babyfotofilm. Sieht die Schuhe. Oh! Das ist lieb, oder? Mit der Wäsche habe ich kein Problem. Wir können nicht gerne die Wäsche ausser du. Die Schuhe sind hinten, ich bin da. Nimm da. Die nötige Betreuung für Jasmin liegt Dominik besonders am Herzen. Ich würde mich jetzt nur fragen, wie wir das auf der Nacht machen, wenn es aufs Heusel ist oder so. Das gibt's schon alles da. Da leite ich die ganze Zeit nur, wenn ich keine Militär aus. Wenn es sich aufs Klo muss, teilt's dann. Wenn das Baby aufs Klo muss, leite ich auch. Wenn das Baby aufs Klo muss, ist das wirklich. Könnt ihr jederzeit leiten, wenn was ist, wenn sie was brauchen können, beim ersten Mal aufstehen können? Dann habe ich gesagt, er soll, also wenn ich wirklich habe, weil es aufs Heusel muss. Dabei bin ich eh noch da, wenn es nicht stört. Ich tue das. Genau. Ich stelle mich aufs Klo. Schau mal. Aufs Klo kannst du sicher. Zieh mir auf. Zieh mir in den Topfkett. Jetzt schauen wir rein. Ja, okay. Nein, jetzt kann es keiner sagen. Ich tue das. Ich finde, Alter, du hast das so super gemacht. Aber ich glaube, da ist Schmerzen, wenn du das hast. Du bist geliebt. Das brennt schon ein bisschen. Hast du Hunger? Ich habe ein bisschen Nuckel aus der Decke. Habe ein bisschen Nuckel aus der Decke? Ja, danke. Darf ich mal zu dir schauen? Ja, danke. Ich nehme es manchmal hin. Okay, passt. Dann schauen wir gleich, was zu messen für die Stefanie. Es ist die Angst und das Warten vorbei. Sie sind beide eigentlich wohl auf. Ich werde nach Hause fahren. Ist mir zwar nicht wohl dabei, war das gerne noch vielleicht länger bei Ihnen. Aber ja, sie kommen zusammen. Das weiß ich ja. Sie schaffen das so auch. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens für die junge Familie. Wir wünschen euch von Herzen nur das Allerbeste.